Schuhe Chewbacca Arschloch Zehn Runden, Alter Ja, bin schon in der Startaufstellung Schuhe Jawohl, Jake Du hast den Ball wohl gemacht Gleich mal losgefahren Ist er raus? Ja, wir haben Tatsache Flangregeln doch Wie war nid? Boah, die ruckeln, Alter Schwarze Flang sind Aktiviert Ja, sonst starte nochmal Ja, los Ich weiß nicht, ob wir selbst drauf kommen können Ach so Scheiße Mach nochmal Go Ich tübel dich jetzt weg Johannsen Ich komme Ich Oh Scheiße Und auch ich treffe ihn Oh 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 Crash Crash Boombang Ich bin auf der Seite von der Strong Ich glaube, wenn wir jetzt Hallo Ich glaube, wenn wir jetzt neu starten, dann fangen wir sowieso alle hinten an Wo denn? Unten rechts Unten rechts Auf weiter Also Dann kommst du erstmal wieder auf Ende des Endes Dann quasi Und dann Aha Dann Wollen wir diesmal quasi auslasten Ja Jaaaa Da wo wir hingehören Wieso bin ich erst da? Wieso bin ich erst da? Jaaaa Wo wir hingehören Die KI mit ihrem Scheiß starten Pfff Alter Ich hab aber früh gebremst Oh Oh Warum dreht's echt der weg? Alter Eine Fresse Alter Ist das hier voll? Oh Gott Aua Äh, da fliegt ein Kind durch die Gegend Da war irgendwie auf einmal vorwürdig Ich bin abgehoben Ich bin ich letzt Da schon wieder Nochmal Neustadt Nein, ich feiere noch Boah Der Ping aber von denen jetzt ist schon Hi Ich hab die Kurve tatsächlich mal gut bekommen Ich werd bescheuert Ich werd wohl brennen, weißt du Ja, wenn's drauf ankommt Ist doch logisch Hä? Achso Irgendes Auto ist zweimal in einem Oh, 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 oh Die Bienen haben sich hier ein bisschen lieb Ich mach mit Was ist der Jack? Das Auto was du fährst Das fährt hier nochmal So, okay Ich werd gewundert Ja, wie gesagt Wenn du halt mehr Spiele eingestellt hast als du der Klasse hast dann werden halt manche doppelt Oder dreifach Ich komm drauf an wie viel es halt gibt Oder 28-fach Wie und irgendwie Unser Leichen AHAHAHA Mr. Chu Schon wieder? Fast drin hier donnert Ah, Jack ist hinter mir AHAH Chu, komm Lass mich vorbei Chu Chu Lass mich doch vorbei Du Das war ein schönes buntes Auto hier Du chinesische Wrack-Wock-Schleuder Ui Uuuu Uuuu Fuck Scheiße Uuuu Nein, er ist vorbei Er ist vorbei Los, Chu, zieh rüber Jetzt schieß ihn schon ab Noch Mutan noch 10 Ui Nicht mehr lang Oh Oh, hier geht's ab Hier geht's voll ab Volle Möhre Ich bin echt Hallo, Jack Ich bin mit Leichen Gefängn an Nein 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 doch 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 Oh Jake boah alter der rumpelt zurück auf die Strecke Warum spielen wir immer auf F1? Ist doch hier viel Lustiger Eigentlich schon Und Nerven aufre migrer Ich ba dir da vorne fl例えば Dein... Yo, stimmelte Chris English. Oh Gott. Warum halte ich mich eigentlich auf der 6? AHHHHH! Fünfter Platz. Und wir haben es zwei Runden geschafft. Ich hab' schon zwei Runden geschafft, meinst du? Mich wundert es noch, dass ich dabei bin, ey. Ist ja wieder gut nach vorne gekommen. Ob du, dass ich so einen kleinen Abflug hatte? Kleiner Abflug? Du bist da hinten durch die Kaisel. Ja, kleiner Abflug ist das halt. Ich weiß nicht, dass du mal meine Überschläge sind, die nicht mal... Und der Walbur zu einem Spezial verholfen hat. Wo ich irgendwie dreifach ein Blickblatt gemacht hab, mit halber eingedrehter Schraube. Das war ein kleiner... Das war ein Abflug. Ich hab' Scheiße auf meiner... Ich bin schon Scheibe drauf. Und die Scheibenwischer da ist da. Boah, mach' jetzt. Dein bunten... Dings hier. Das ist ja überhaupt kein Auto. Markus, glaub' ich, oder? Ja, ich kann dir sagen... Ich bin eigentlich auch normal. UAH! Oh, der nähert sich allein schon wieder. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich hab' auch das Clowns Auto überholt. Oldenburg, ich komme! Wohnst du in Oldenburg? Was willst du in Oldenburg? Was willst du in Oldenburg? Du musst doch hier fahren, in Opasburg. Anderswo! Ich bin überall außer auf der Strecke. Boah, die ersten drei da vorne. Schon den Schnappstand. Und ich muss echt sagen, krass wie du fahren kannst. Ohne Scheiße, ey. Du kommst aus den Kurven raus mit einer Beschleunigung. Ich check das nicht. Ich peil das nicht. Das muss ja irgendwie an der Ideal-Linie liegen, die man nimmt, oder nicht? Weil ich blick das nicht, ey. Ich fahr so krippelig aus den Kurven raus. Sieht aus wie, keine Ahnung, was. Kinderwagen bergauf, ey. Ohne Moody. Das muss eigentlich mit der Linie zu tun haben. Ja. Auch bei F1. Aha. Nehmt euch ein Zimmer. Ist doch wahr. Ich fahr hier grad das Leben meines Rennens. Das ist ein bisschen Monster, ey. Da war am Ende mehr Glück als Verstand. Ich fand Mon... Monaco fand ich da doch wesentlich stärker. Hast du diese Saison schon 200 gewonnen, oder? Ne, eins. Aber trotzdem fahr den Hunaco stärker. Auch wenn ich nicht übernehme. Weil ich doch intensiver war. Und weil ich den Kurs noch mehr mag als Monster. Das hast du sehr gut gemacht, Joe Kalle. Geht mich mit dir eins auf. Nehm mich mit dir ins Zimmer. Das Clowns-Auto kommt. Das Clowns-Auto schaut in die Wand. Eigentlich. Oh Gott. Jake geht's auf der Fünf. Kenny auf der Sieben. Jaaaa. Sechs Sekunden aufstand. Oh Gott. Ich finde das auch noch mal mehr Konzentration, wenn man im Cockpit fährt. Oh, die ersten drei besorgen sich hier aber auch schön. Äh. Wenn sie mal fahren würden, die Pisser. Ah, Jay kommt doch schon wieder näher. Es geht... Wir schießen da raus. Ja, der auftaucht. Grinsend. Lass mich vorbei hier. Drei Schnaps drosseln. Der zieht natürlich mit. Ah. Ich bin aufgekasselt. Ehhh. Was eigentlich eure schnellste Runde... Ähm. 34,7. Pfff. 1,35,7. 37,8. Oh Gott. Jetzt fahr ich über die Boxengasse wieder auf die Strecken zurück. Ich will doch nur einmal Erster werden, Coach Jake. Lass mich mal die Spitze vorne. Ich kann nicht. Ich musste für euch делать... Hink suggest. 1,89. 1,1000. 2,009. Oloый! 2200,000,000,000. Ulohe! Was?! Okay, ja. Ah, grazieck ran. und und der und scheiße und ich war schon und er weint spät dann ja ich bin mein erster hier ist hier ist noch ins Ziel bringen ich muss sagen jetzt das Spiel wieder so anders aussieht er macht so wieder richtig Laune es läuft flüssig das spiel sieht ordentlich aus oh shit oh shit ich freue mich ich gehe wieder über die Box was ist denn jetzt los also ist aber so zu abwechseln ich da echt mal Bock drauf ey muss halt dann gucken wie man das regelt ob wir das zum Beispiel auch mit zwei Rennen machen zu je nach Stunde oder sowas dann das wird auch so dieses 100% irgendwie ein bisschen bekommen müssen ja oder ob wir dann halt sagen okay wir fahren tatsächlich nur maximal 50 Runden halt kann man ja dann dann mal so planen überlegen ja aber jetzt ob dann wirklich konkret ich meine ja eben weil mit Valvo ist das immer so irgendwie man macht da Vorschläge ja aber irgendwie hat er dann da nicht äh Valvo hat da zum Beispiel keinen Bock drauf wenn ich das richtig verstanden hab das wäre dann halt so ne Sache unter uns drei denke ich mich hat da wahrscheinlich auch keinen Bock drauf obwohl in Races ist ja gar nicht mal so mies oder tja naja alle die anderen aus dem Weg räumt also ich bin jetzt ganz mal wieder voll angefixt von dem Gang ja ich fahr zwar sau die Scheiße hier zusammen aber in der Saison mit einer kommt mit einer festen Klasse wo wir dann auch die ganze Zeit nur ein Auto fahren oder wie unsere Spaß bringt uns da dann müssen wir dann ja auch wieder gucken dass wir das einfach angegriffen kriegen mit Jay ich weiß nicht was sagen dass wir dann auch schon eine richtige Meisterschaft Saison machen oder halt sonst ein Auto beim Klasse kann man ja dann muss ja nicht die hier sein kann man ja auf jeden welchen das hat wir auf jeden Fall der Rennkalender ja ja komm nochmal wenn wir jetzt nur drei bleiben sollten die doch von uns vier oder fünf strecken ja ja ich meine die Mod strecken kann man sich alle noch unterladen das ist glaube ich nicht das Problem hm Qualifikationssystem ausarbeiten doch ich nebenbei Kalkmann schreibt sie die Kommentare wenn ihr mehr davon sehen wollt ja ja naja ja ja du bist ja auch auf auf ja du bist ja auch auf wiii vor allem sieht man wie der Mosler vom Jober einfach in den erträglichen ja 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 sein geblitz dienst ja wir haben mich noch versucht nervös zu machen jetzt ich bin auch nicht nervös genug wer weiß vielleicht kriegen wir wohl dann tatsächlich noch dazu das Aufbaukarte das ist natürlich jetzt am Wochenende wieder nicht erreichbar, was super praktisch ist ja man könnte auch vielleicht sogar zeitintensiver werden als F1, wa? man muss überlegen, Qualifikationssession, sagen wir mal 15 Minuten fest oder so ja, ja man soll jeweils 1 Stundenrennen muss man denn überlegen, wie weit machen soll ich so? Qualifikation zeigen oder ob war wenn gleich denn im Rennen erst die Aufnahme starten mhm also die Qualifikation auf Screen mhm von den Aufnahmen her wie bei F1 ich glaub das ist nicht so so ist empressend ich meine ich hätte das mal bemerkt aber ich find's halt bock anstrengend, weil ich echt mehr konzentrierend muss als bei F1 ja naja, weil klar ist, wenn du eh einen Boxenstopp hast, ist eigentlich schon Lunte also eh nicht planmäßiger weil du brauchst ja hier wenn du Pech hast dann wirklich zwischen 60 und 100 Sekunden bis du wieder rauskommst oh oh bfff bis jetzt in die ja alle da bist ja in die in die in die fast auf die Zunde geflogen hui da hat er auch mal gezeigt ja ich haha also wir können ja gleich mal mich hier anschreiben, weil wo ist ja nicht erreichbar ich weiß auch wenn er gesagt hat, dass er keinen Bock mehr hat auf Online-Rennen und so weiter aber vielleicht weiß ich ja immer was anderes er hat auch keine Zeit dafür ja stimmt Alter, sein Plan ist auch... ja ok, dann hat sich das mit Michi tatsächlich erledigt yes, yes, yes Joker der Glückwunsch danke uh 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 das hast du veri gut gemacht das war jetzt schon sehr zu tief oder so ja Alter, wie sieht meine Karre vorne überhaupt aus hehehe 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 hey, hat überholt's euch jetzt her man, wenn man das jetzt so sieht es schreit ja nach mir ich hab noch den zehnten Platz geschafft ja Alter, wer stand da denn im Weg? bin ich da reingefahren und hab sofort die Schnauze abrasiert, ey und die Sache ist ja auch wie was von den Punkten näher machen mal übernehmen wir das System, was beim Race ja ist, von 1 bis 8 10, 8, 6, 5, 4, 2 oder vielleicht das ganz alte F1-Systeme, wo nur die ersten 6 Punkte kriegen also nimmst dann kriegt der erste auch nur 9 Punkte oder so na, das ist halt ganz uralte, aber so wie ich angefangen habe, so mit 10, 6, 4, 3, 2, 1 Durchschnittsgeschwindigkeit 146 ich find eigentlich, also von allen Systemen, die es bisher gab, ne F1 jetzt, finde ich das von Platz 1 bis Platz 8 eigentlich am besten weil du hast da immer noch welche, die also du hast mehr, die Chancen, die Chancen auf Punkte haben, weil gleichzeitig ist das eng beieinander ja, so 1 bis 6 und 1 bis 8, weil die also wenn wir nicht das 1 bis 10 machen, dann kommen wir ja auch ja, der einzigste Mosler das Grinse-Ding ja, dann war's das mit der Aufnahme danke für's Zusehen macht einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr davon sehen wollt yeah selbst wenn nicht, dann spiel's trotzdem äh tsch tschüss 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 tschüss